António Gómez ist Forscher am Forschungsinstitut für Genforschung und Onkologie Genio in Granada. In Manchester sah er, dass Musik im Labor motiviert und setzte dies in die Praxis um. Heute geht er sogar noch weiter und erstellt Musikvideos zu diversen Themen der Gentechnik. Es ist ein innovatives Projekt von Forschern und Professoren, finanziert von der Universität Granada, das versucht, moderne und oft unzugängliche Methoden der Gentechnik zu erklären. Indy Rock untermalt diese informativen Videos. Die Videos richten sich an Master- und Doktoratstudenten, die sich auf Genetik und Genmedizin spezialisieren wollen. Diese Forscher wollten auch anstrebende Bands aus Granada fördern. Deshalb kann man in den informativen Videos auch Songs von Bands wie via Robots, Kitsimias, Plastic Frosting Machine, Elefe, Aurora oder Royal Mail hören.